Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 737 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich darauf, unser Geschäft auszubauen und unsere Produkte weltweit zu versenden. Ich freue mich darauf, unser Geschäft auszubauen und unsere Produkte weltweit zu versenden. Toll, dass wir so schnell gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Toll, dass wir so schnell gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Toll, dass wir so schnell gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Ich würde das niemals tun. Das kannst du mir glauben. Ich würde das niemals tun. Das kannst du mir glauben. Ich würde das niemals tun. Das kannst du mir glauben. Ein Mann in kurzen Hosen geht an einem Sandstrand spazieren. Ich habe eine große Auswahl an Halsketten und trage gerne mehrere davon gleichzeitig. Mein Vater hat die Kirschen gepflückt. Ich trage die Schale ins Haus. Mein Vater hat die Kirschen gepflückt. Ich trage die Schale ins Haus. Mein Vater hat die Kirschen gepflückt. Ich trage die Schale ins Haus. Verschiedene Zutaten für unser Gericht befinden sich auf Holzlöffeln. Verschiedene Zutaten für unser Gericht befinden sich auf Holzlöffeln. Emma schaut traurig auf ihren Corona-Test. Sie muss in Quarantäne. Emma schaut traurig auf ihren Corona-Test. Sie muss in Quarantäne. Ich wünsche dir frohe Ostern. Machst du am Wochenende etwas Besonderes? Ich wünsche dir frohe Ostern. Machst du am Wochenende etwas Besonderes? Danke für den Kaffee. Alle hier kümmern sich sehr gut um mich. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Schön, dass du gekommen bist. Ich zeige dir jetzt die wichtigsten Trainingsgeräte. Schön, dass du gekommen bist. Ich zeige dir jetzt die wichtigsten Trainingsgeräte. Mein Kollege überquert gerade den Parkplatz. Heute ist er wieder zu spät. Du bist mir aufgefallen. Wollen wir etwas gemeinsam unternehmen? Du bist mir aufgefallen. Wollen wir etwas gemeinsam unternehmen? Das Auto hat eine Panne. Deshalb habe ich ein Warndreieck aufgestellt. Das Auto hat eine Panne. Deshalb habe ich ein Warndreieck aufgestellt. Was du von mir verlangst ist unerhört. Ich werde das auf keinen Fall tun. Was du von mir verlangst ist unerhört. Ich werde das auf keinen Fall tun. Was du von mir verlangst ist unerhört. Ich werde das auf keinen Fall tun. Wir suchen unseren Flug auf der Abflugtafel. Wir suchen unseren Flug auf der Abflugtafel. Der Abflug wird sich um zwei Stunden verspäten. Hör mir jetzt gut zu. Das darfst du auf keinen Fall noch einmal tun. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? In der Reha haben sich alle sehr um mich gekümmert. Hast du schon meinen rosa Teddybären gesehen? Oma hat ihn mitgebracht. Hast du schon meinen rosa Teddybären gesehen? Oma hat ihn mitgebracht. Um 18 Uhr schließen wir das Büro. Dann ist Feierabend. Um 18 Uhr schließen wir das Büro. Dann ist Feierabend. Zwischen den einzelnen Übungen mache ich immer eine kurze Pause. Zwischen den einzelnen Übungen mache ich immer eine kurze Pause. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.